herzlich willkommen bei malerklinger und zwar ist ein thema mir besonders wichtig und zwar geht es um die ausbildung im maler und lackierer handwerk und hinter mir die sarah ist jetzt für vier fünf wochen da und kommt drei tage in die woche in der woche montag dienstag donnerstag für acht stunden und macht hier ein praktikum und da habe ich mir heute gedacht weil ich heute gepostet habe auf der malerklinger facebook seite und innerhalb von einer stunde 20 gefällt mir angaben also ich finde das ist auch sehr wichtiges thema nicht nur schöne bilder posten was man jeden tag macht oder was man frisst oder motorrad fährt zukunft ist wichtig ohne zukunft geht es bach runter auch in deutschland und deswegen machen wir da so ein alltags video mit der sarah und mal schauen was sie so in den vier wochen fünf wochen erlebt muss dann immer daran denken dass ich da immer das mit abfüllen okay dann stellt sich die sarah kurz vor also ich bin sarah ich bin 20 jahre alt und mache ein praktikum beim malerklinger als maler und lackiererin lerne halt auch nicht besonders viel zu machen hauptsächlich ornamente da ist das praktikum hier eigentlich was neues für mich so selber was machen dürfen cool also sarah ist ein bisschen schüchtern ich bin auch schüchtern aber nur nüchtern kommt alles muss das mädel besser arbeiten lassen ist natürlich alles fremd und neu ist man immer aufgeregt bin ich genauso aufgeregt okay dann schauen wir mal was so passiert in der nächsten zeit und sarah was machst du denn da jetzt diese stäbe da lackieren diese stäbe da lackieren sagt sie deswegen einfach machen lassen sind zwar geländer stäbe aber es ist schon richtig und sie lackierte jetzt auch fertig also da muss man jetzt sagen kommen hier macht das finish von der arbeit und jetzt auch sagen dann schau hier das habe ich fertig gemacht heute na bei nur so lernt man auch was und den pinsel immer ein bisschen mit in der mitte halten genau damit man ein gefühl dafür kriegt und immer locker aus dem handgelenk den pinsel laufen lassen farbe nach vorne ran und am topf innen ab genau und wieder farbe drauf naja zack da kannst du ja ruhig richtig gas geben hier vorne aus dem handgelenk raus und dann hier unten ein bisschen stutzen so und dann hoch du musst ja schon ein bisschen farbe nehmen weil das darf nicht so schleifen das muss schön gleiten glatt also ist ja ein lack und dadurch kann er schön glatt leiten weißt du und dann immer gucken wenn du fertig bist mit einem stab alles okay und dann wenn du komplett fertig bist guckst du nochmal an wegen läufer irgendwo was fehlt immer die arbeit kontrollieren die du gemacht hast ja so die sara die rührt jetzt erst mal teig an also reibeputz strukturputz scheibenputz und als kleiner hinweis immer eine tasse wasser rein geben entfertigen putz silikonarzt putz silikat putz dispersionsputz jetzt haben wir hier im dispersionsputz für innen immer eine tasse wasser rein damit der geschweig wird sonst kannst du dir nicht rein und beim durchrühren immer schön von oben nach unten ne ja genau so auf gehts Spannungsgeladene Das war's für heute. Farbe drauf und bei Lasur immer verteilen und immer in Holzrichtungen streichen. Das ist schon richtig. Jetzt wieder Brühe dran auf das nächste Brett. Einmal durchziehen und dann richtig die Nester zumachen und oben über der Kante vom Holz nicht so hängen bleiben, dass du keine Läufe hast. Und dann noch mal leicht drüber, genau. Immer mit Liebe arbeiten. Jawohl, heißt das. Großer Meister. Ja, es steht da, die Bestellung nicht abgeholt. Also, wir müssen hier die rote Wand streichen und die Sarah fragt gerade wie, was und wo. Ich habe es ihr gezeigt. Wir nehmen das weg, dann spannen wir das ein und dann kann man da oben eine Schraube einklemmen. So, jetzt nimmst du da die Schraube, die du abgeschraubt hast. Machst du die Schraube? Ja, da drüben. Na dann passiert nichts. Kannste hängen lassen. Wegen dem. Kann nicht raus, ne? Wegen Winkel und so. So, jetzt. Ding ist sowieso klar. Raus machen und dann oben die Schraube rein. So, auf Spannung ziehen und dann das Ding richtig rein. So. Können wir das zum Beispiel so machen. Ja. Dann schieben wir das Bett ran. Ganz blöd gesagt, klemm es mal hinten ein. So, guck. Hebt. So, und dann kann man da jetzt rumstreichen, ohne dass wir es voll so da hinstellen. Du musst das ja deinen Fans erklären. Du musst das ja erklären. Du bist ja erklärbär. Ja, vor allem nicht. Ja, genau. Wir streiten das jetzt weiß mit der Farbe. Keine Ahnung, man muss halt was sagen. Ähm, ja. Also, man sieht natürlich, die Schüchternheit ist noch vorhanden. Wird besser. Also, machen wir jetzt die Wand schön und ein bisschen Tapete weg, weil da unten ein bisschen das kaputt ist. Das ist schon jetzt so eine Aufgabe. Ich kann die Sauer noch mal eine Bahn, Rauffasser kleben und das ausbessern. Und gerade bei diesen Sachen, den Rollladen, kann man das auch alleine machen, abhängen. Wenn man einen Eimer dran hat, dann hat man ein bisschen Gewicht. Dann kann man das am Eimer spannen oder festhalten, drum streichen, wieder reindrücken. Kann man auch selber machen. Na? Genau. Und wenn man es nicht weiß, guckt man auf YouTube und dann weiß man es. Ja. Ja? Genau. Also, ich tapeziehe jetzt die Rauffasser mit dem Gewebekleber an die Wand. Die scharfe Kante, also nicht geschnittene Kante, tue ich da anlegen. Dann mit dieser Bürste, die festdrücken. Also, dass keine Luftblasen entstehen. Und dann, wenn ich das angedrückt habe, soll ich am Kante-Messer die Rauffasser hier an der Kante abschneiden, dass es bündig ist. Und oben genauso und unten auch. Ja. Andersrum, falschrum ausgerollt. Ja, weil nach innen jetzt die Rauffasser ist. Deswegen habe ich es ja so zusammengerollt, dass du sie fallen lassen kannst an der Wand. Und jetzt einfach in der Mitte runter andrücken die Tapete. Ja. Einfach in der Mitte runterfahren. Komplett. Da kann ich auch nix. Falten frei. Ohne Falten, natürlich. Ich wische doch deine Fehler an. Nicht der Tafete ist da nicht schuld. Das haben wir unten. Ja, deswegen ist oben zu viel. Also nochmal wegziehen und unten wegziehen. Achso. Und dann jetzt oben dran lassen und ein Stück hochschieben. Äh, runterziehen. Ich habe mich gerade gefordert. Ich habe keine. Das heißt, zu viel. Ja, ist okay. Und jetzt hoch wieder. Kommt. Bewegung. So oben ran drücken mit der Hand. In den Ecken rein. Jawohl. Machen wir Acryl rein. Und jetzt andrücken das Ganze. Los. Ja, und nicht so langsam streicheln, sondern ein bisschen mit mehr... Alles schön aus der Hand drücken. Jawohl. Zack. Und dann die Falten weg. Und Falten nach außen bürsten. Von der Mitte nach außen. Da ist noch eine Blase da. Ja, deswegen Gas geben, weil das mit dem Gewebekleber zu schnell anzieht. So, und jetzt die Ecke schneiden. Hier. Warum nehme ich das nochmal? Ja, so wie ich es dir gesagt habe. Richtig fest rein drücken und dann mit dem Cutter gegen die Kante schneiden. richtig drücken, das Messer, gegen die Kante genau dann Klinge immer scharf lassen weil dann gibt es auch keinen Abriss machen wir oben weg, zeig mal so, genau und so machst du das jetzt bis runter wenn die Klinge stumpf wird, Klinge abbrechen also immer scharf das Ganze ja und wir liegen nicht, sondern wir Knie vorne hin direkt, weil das sieht immer blöd aus so, und der Eimer ist immer neben dir das habe ich schon mal gesagt, nicht kilometerweit weg neben dir, vor der Wand so, dann kannst du beschneiden und dann kannst du nämlich den Eimer mitnehmen genau und das rollen wir unten nur da brauchen wir keinen Pinsel dann kommt ja noch ein Sockel hin so, dann kannst du nämlich unten noch irgendwie rein streichen brauchst du auch gar nicht so weit runter da können wir noch 5 cm Sockel hin alles klar ja genau, oben dicker und nach unten dünn ausrollen dann so, kommt frisch vom Friseur und die Sarah guckt und sagt siehst du so, jetzt hat sie den Raum hier schon fertig gestrichen und weil die Rückwand grün wird, wollte ich schon sagen grau wird weil grün, g, grau müssen die Ecken noch weiß gestrichen werden und das heißt man muss jetzt hier noch ein bisschen mit der Mickey Maus ne, so kann man dazu auch sagen zu dem kleinen Rollchen Mickey Maus mal rollen das zweimal und dann wird mit dem gelben Klebeband oder mit dem blauen obwohl ich ja der Fanling von dem blauen wird oben an der Decke scharf abgeklebt ja genau wird scharf abgeklebt und dann streichen wir mit welcher Farbe dagegen gegen der scharfen Kante genau mit weiß drüber dass es nicht unterläuft genau dass wir das Klebeband unterstreichen weil wir haben hier so eine Strukturtapete und aber du weißt es ja schon das ist ja super ja gucken, dass das Klebeband da gerade ist aber das machen wir dann erst wenn das weiße dran ist und das machen wir dann gleich ne ja, machen wir das ist ja alter, gut das ist meine Musik und ja die Sarah hat mir gerade ihre Musik gezeigt und dann habe ich gesagt Mensch, kennst du das? nochmal zurück bei mir ja, freute parodontax 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 ja das ist es nicht firestarter die ja das kennt ihr nicht? ey, ist so traurig doch, die Refuge habe ich sie hat eine Aufgabe muss man am Montag ihre Musik zeigen ja Ja. Festhalten. Nach innen. Hier? Einhängen. Ja. Du musst ja mal mich vorhalten. So, dann hängen wir das hier ein. Und dann kann ja erstmal nichts passieren, weil das Geländer drin ist, dann kann das nicht umpippen, Sauer. Jetzt gehen wir hoch, machen wir weiter. Ja. Okay. Jetzt läuft's, oder? Jetzt läuft's. Sauer, guck da. Das ist die Linse. Letzte Woche, steht an. Rutsch mal ein bisschen näher, als du nie so weit weg bist, Mensch. Wir machen jetzt die letzte Woche. Wir sind in der letzten Woche mit der Sarah. Und wir werden eine Fassade heute einrüsten. Na? Haben wir schon ein bisschen was gemacht. Grundgerüst steht. Und das rocken wir jetzt erstmal durch, ne? Sarah ist jetzt wieder froh, die Woche da zu sein. Letzte Woche war sie nicht da. Weil? Nicht zu dumm mit ihm zu laufen. Bänder sind ein bisschen kaputt. Aber nur die harten kommen im Garten, ne? Auf alle Fälle. So. Dann wird weitergerockt. Also, wir legen los. Ja, genau. Geländer heranschieben. Und dann von oben festhalten. Und dann draufhauen. Der roten Knopf. So. Und, hast du's live? Wie immer. Ich geh jetzt da hoch und die Sarah gibt mir die Sachen hoch. Also, mal schauen, wie gut sie die Sachen zugehen kann. Wasser wackelt ja auch. Erstmal nicht. So. Bisschen tut da nichts, ne? Sieht aber wackelt aus. Ja, wackelt immer. Jetzt gibst du mir die Rahmen zuerst, machen wir überall die Rahmen. Einmal hoch schießen. Gleich den nächsten anfassen. Ja. 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 Öffnen wir alle oder beide? Geländer machen wir erst. Einmal die Weiter, nächste noch? Nach der Seite. So, wir machen hier einen Einstieg rein, also jetzt den Einstieg. Hier innen durchschieben, hier innen hoch, unten einfassen, erst mal flach ranlegen, so lassen und jetzt hochdrücken, hier dann hochschieben, zack, hoch. Warte, guck mal, und jetzt legst du dich hier gegen die Kante und jetzt schiebst du das von unten hoch. Schieben, 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 schieben. Weiter, und wenn ich sage, okay, loslassen. Gelernt ist gelernt, ne? Nächster. Nächster. Ja. Auch wieder von unten, der ist leichter jetzt, weil das keiner sein darf. Lächster. Da, flach, wieder rein, hoch. Jo, hochdrücken, jetzt hoch. Geht nicht. Von unten durchschieben, komm. Komm, drücken, richtig anpacken. Du musst da richtig anpacken, nicht so zaghaft, ne? Oh Gott. Oh, na alles Geins. Jetzt. Oh ja. Das Anliegen ist aus dem Boden. So, direkt hier, die Geländer auf der Seite, äh, die Armen. Das ist der Grund, wenn du da reinkommst, das ist der Grund. Dann, wir haben die Hände mit dem Boden. So. Lächster, komm. Nächster, komm. So. 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 So, jetzt. So, jetzt. Hier, Sarah, machst du mal ein Foto von mir, das ist ja letztes Anleitung, ne? Das ist ja letztes Anleitung. 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 Was kein Klumpenzug kann, haben wir heute ausprobiert. Aber dafür hat es gerockt, sehr gut gemacht. So, jetzt machen wir andere Sachen, weiter geht's. Was steht noch auf der Brühe drauf? Nur was so ein Holz und Wetter schuldig. Ganz oben. Ach so 1A. Ja, siehst du? Und, ist das auch 1A? Ja. 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 Richtig die Nester zu streichen. Richtig durchziehen die Rolle. Und locker. Das ist hochwertige Silikonnertfarbe, die flutscht. Da kannst du richtig schön verteilen, die Nester richtig zu streichen. Gucken wo Lester sind, die nicht zuschweichen. Habischt! Bei was? Toilettengang oder was? Nee, Farbe abkratzen. Die Summe. Warte, isst du noch? Herzlich willkommen hier bei Maler Klinger und zwar das Video-Update zum Tag der Arbeit. Held der Arbeit. Wer das kennt aus dem Osten, der weiß Bescheid. Also ich nicht. Ja, die Sarah hat jetzt ihr Praktikum heute mit Donnerstag, dem letzten Tag, erfolgreich abgeschlossen. Und wir sind jetzt am Ende. Heute gab es auch einen Anschuss. Einschüss. Ja, es hat geregnet, aber gut. Sarah, vielleicht willst du noch was erzählen. Deine Erfahrung, die du hier gesammelt hast. Ja. Also ich habe, wie er gesagt hat, viel Erfahrung gesammelt. Zum Beispiel, wie man in einem zügigen Tempo arbeitet. Auch so, dass es ordentlich ist. Wie es so wie mein Tempo war. Einmal ein bisschen langsamer, gemütlicher so. War so mein Tempo immer. Aber hier habe ich einfach gelernt, zügig zu arbeiten. Das ist auch ordentlich ist, wenn man auf einer Baustelle ein bisschen unter Zeitdruck ist. Wie jetzt bei meiner Ornamentplatte. Da kann ich mir Zeit lassen. Ja, dass meine Pinsel... Also ich habe es mir früher so angewohnt, einen Pinsel vorne zu heben. Aber einen Pinsel muss man hinten heben. Habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Und lauterige Kleinigkeiten halt so. Und ich werde viel auch wieder mitnehmen ins COD, wo meine Ausbildungsstätte ist. Und den Lehrern dort erzählen, wie man es richtig macht. Auf alle Fälle. Weil Praxis schlägt Theorie. Jetzt sind wir hier auch wieder. Ich habe es vorhin schon gerade gesagt. Ja. Ja, Lara hat ihr Praktikum erfolgreich beendet. Sind hoch zufrieden. Das nächste steht dann im Oktober an. Und sie wird dann auch wohl ganz sicher ihre... Wenn sie das natürlich möchte. Das kommt auch drauf an. Aber wir bieten ihr das an. Das vierte Lehrjahr hier zu vollenden. Damit sie dann den Malergesellen erhält. Und somit auch weiterführend einfach mehr Möglichkeiten hat. Später im Berufsleben mehr Facetten zu gehen. Und mehr Wege auszuloten. Ja, also Meister- oder Fachabitur oder wie auch immer gibt es ja auch im Malerhandwerk. So. Und das kann sie eben nur mit dem Gesellen und nicht mit dem Baumaler, Fachmaler, wie auch immer. Ja. Sie geht jetzt da weiter hin zur Schule. Zu der COD in Kirchheim-Tech. Ähm. Das Ganze wird ja gefördert vom Arbeitsamt. Und wir haben jetzt mit der Handwerkskammer und mit dem Arbeitsamt telefoniert. Kriegen dann Informationen dazu, wie das dann ist, jemanden von da zu übernehmen. Weil das ja auch nicht so einfach ist, zu sagen, von heute auf morgen, wir übernehmen da jetzt jemanden. Ähm. Weil sie ja doch in dem Verein dort, ich sag immer Verein. Ähm. Gut aufgehoben sind, ja. Weil sie da eben, klar, man ist ja nicht mit jedem Best Friends. Aber sind da ganz gut aufgehoben, weil dann die Leute doch spezialisiert sind. Ähm. Nicht alles ist schön, natürlich. Aber, ja. Da muss man einfach auf die Zähne beißen und durchziehen. Und dann sagen, so. Und dann, wenn das Ding vorbei ist, dann gibt's dann auch im vierten Layer auch mehr Kohle. Dann ist auch der Anreiz größer. Auf alle Fälle. Ja. Ja. So, jetzt los. Kannst du noch was sagen dann? Dann schmiere ich das, dann tue ich das schneiden und dann schlade ich das hoch. Schlade ich das hoch? Dann schlade ich das hoch. Alles klar. Ja, nee. Es war einfach echt eine schöne Zeit. Hat echt Spaß gemacht. Ja, nee. Also ja oder nee, ne? Doch. Hat Spaß gemacht. Ja. Viel gelacht haben wir ab und zu mal, aber ein bisschen Blödsinn muss auch sein. Ein bisschen blöd quatschen, damit sie gleich mal weiß, was los ist auf dem Bau. Ja, aber sonst sind ganz entspannt, ne? Aber, wie gesagt. Näher auf Details kann man dann eingehen, wenn man dann mehr Zeit hat und weiß, der Lehrling ist dann so und so da in der Zeit und dann kann man sagen, okay, der ist dann jetzt fünf Tage da. Machen wir einen Tag Werkstatt, Arbeit, Platten oder so. Ein bisschen Techniken, wenn noch ein bisschen Luft ist oder dann auf die Baustelle gehen, wenn es da möglich ist. Das muss man dann anders koordinieren. So war es ja auch schön, dass du jetzt da warst, ne? Ja. Konnte auch mit helfen, hat er das Gerüst mit aufgebaut, das erste Mal. Ja. Das muss man auch erst mal sehen. Andere würden dann mal rumheulen oder, oh ich kann nicht, ich habe fünf Kilo. Ja. Ja. Gut. Statement von dir noch und dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Das war das Statement. Tschüss. Also. Bis zum nächsten Mal. Euer Maler Klinger und. Sarah. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.